Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Ich bin Mitglied geworden in einem neuen Uhren-Club. Ich sage jetzt nicht, welcher es ist. Leute, die mir zuhören und Mitglieder des Uhren-Clubs sind, wissen, wer gemeint ist. Es ist ein sehr, sehr netter Club und ich bin ganz froh, dass ich dort ein Mitglied geworden bin. Privater Club, nicht öffentlich. Und ja, es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Sache. Ganz tolle Leute in diesem Club dabei. Deutscher, deutschsprachiger Club, auch im Rheinland angesiedelt. Super Sache. Ja, also finde ich, finde ich sehr schön. Bin ich Mitglied. Und was hat mir dort eins der Mitglieder dann auch erzählt? Das war, dass er meinen Podcast anhört und oftmals die gleiche Episode zwei, drei oder vier Mal hört, weil er immer die zum Einschlafen benutzt. Das hat mich ja zuerst ein ganz klein wenig getroffen. Da habe ich gedacht, oh, bin ich denn so langweilig, dass ich die Leute zum Einschlafen bringe? Dann habe ich mir aber wieder gedacht, ach, das ist ja auch schön. Denn ich habe in der letzten Zeit so viele reißerische Themen gesehen, so viele Leute, die dieses Hyperboli haben, wo es einfach immer nur darum geht, dass man irgendwelche Reaktionen erzeugt, irgendwelche starken Reaktionen. Und da habe ich mir gedacht, ist doch schön, wenn dein Podcast ruhig und entspannt ist und wenn Leute den zum Einschlafen benutzen. Schön. Auch gut. Dann soll es so sein. Ja, aber er hat trotzdem versucht, er dann auch mal ab und zu den Mal bis zum Ende durchzuhören. Das ist auch ganz nett. Ja, was mich zu meinem Sponsor führt. Mein Sponsor ist einfacheseinschlafen.de. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Wir haben keine Sponsoren hier. Ich habe keine Sponsoren hier. Ich mache alles selber. Ich kaufe mir alles selber von dem Mikrofon bis zu meinen ganzen Aufnahmegedöns und natürlich meine Uhren und andere Accessoires. Alles selber gekauft. Keine Sponsoren. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir bleiben lieber unabhängig. Und kostet auch nichts. Mein Podcast ist also super, super toll, oder? Keiner bezahlt etwas außer ich. Super. Okay. Also in diesem Sinne habe ich in der letzten Zeit so einige Sachen gehört, die alles diese starke emotionale Aufladung haben. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Aber vorher möchte ich noch um die positive emotionale Aufladung sprechen, die ich gefühlt habe, als ich gelesen habe, das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, glaube ich, dass Houdinki genau das macht, was ich in meinem Podcast vom 20. Mai, der am 20. Mai live ging, mir gewünscht habe. Und zwar hat Ben Kleimer, der Gründer von Houdinki, gesagt, dass sie einige Fehler gemacht haben mit dem Wachstum von Houdinki und wo sie in welche Richtung sich Houdinki sich also quasi hinbewegt hat und dass man diese Fehler berichtigt, berichtigen wird und sich auf diese Core-Kompetenz, die Kernkompetenzen wieder zurückbesinnt, was Houdinki damals so groß gemacht hat mit den Uhrenliebhabern, was wirklich dazu geführt hat, dass Houdinki also den Status quasi in der Uhrensammelwelt hat, die es und woher sie den bekommen haben. Und darauf besinnt man sich zurück, auf diese, diesen guten, standfesten und sehr soliden, hochqualitativen Journalismus. Kann ich nur zu sagen, Gratulation, danke. Ihr habt uns alle gehört, die sich das gewünscht haben. Wir wollen unser altes Houdinki zurück. Wir mögen das neue Houdinki nicht so gerne. Und ja, das ist schön, dass man dazu gesagt hat, ja, das machen wir jetzt. Wir werden jetzt weniger Uhren verkaufen. Wir werden jetzt weniger Sachen in unsere Shops aufnehmen. Sie werden sich wohl von One & Wound, nee, war das One & Wound? Crown & Caliber, sorry, Crown & Caliber trennen und keine gebrauchten Uhren mehr verkaufen. Sie lösen also auch da ihre gesamten Bestände auf von vielen anderen Sachen. Der Houdinki Retail Shop, den sie eigentlich auch machen wollten. Diese quasi die Houdinki Boutique in New York wird auch nicht mehr durchgeführt. Das heißt also, die ist auch irgendwie, die ist glaube ich nie eröffnet worden und die wird jetzt auch nie eröffnet. Und das finde ich auch ganz gut. Also da sagt man, okay, wir schrumpfen uns wieder gesund und besinnen uns auf das, was uns damals so beliebt gemacht hat und uns zu dem gemacht hat, was wir eigentlich sind. Und das finde ich wunderschön. Ich freue mich schon auf gute, hochqualitativen, auf guten, hochqualitativen Uhrenjournalismus, den wir schon damals so, so gerne gemocht haben. Ich habe mich immer gefreut auf die Marktanalysen von Joe Thompson, auf die wundervoll geschriebenen Artikel von Jack Forster, auch von Cara Bennett und, das ist Ben Climers Frau übrigens, und anderen Autoren. Stephen Pulverian, 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 ich kriege den Namen nie hin, und Jack Stacy und all die ganzen anderen. Also ja, oftmals habe ich zwar mit ihren Meinungen jetzt nicht ganz übereingestimmt, aber es war immer gut zu lesen und in der Regel sehr, sehr gut nachgeforscht mit sehr interessanten Anekdoten und Informationen. Deswegen bin ich da froh, dass es wieder zurückgekommen ist zu dem Ursprünglichen oder wird dorthin zurückgeführt. Wir werden mal sehen, ob es ihnen gelingt. Einige Leute haben schon gesagt, ja, too little, too late, zu wenig, zu spät. Ist das, glaube ich, dass sie da noch die Kurve kratzen? Ich hoffe es, ich wünsche es ihnen. Ich bin da positiver Dinge, aber ich bin ja auch generell ein optimistischer, optimistischer Mensch. Und deswegen denke ich, ja, das schaffen die. Das kriegen die hin. Wird nicht leicht. Ich denke, es ist schwer, weil viele andere haben so ein bisschen ja diesen Journalismus übernommen und diese gute Berichterstattung, Monochrome Watches, Fratello und Scottish Watches natürlich und ein paar andere, die halt viel über Uhren schreiben und auch sehr interessante Reviews machen. Ja, deswegen, es wird nicht leicht, aber ich denke, sie schaffen es. Und natürlich SJX Watches aus Singapur, glaube ich, kommen die auch sehr, sehr gut. Welche anderen gibt es denn noch? Ich glaube, da gibt es eine Menge andere. Time and Tide natürlich auch, die haben viel gemacht. Natürlich Revolution Watches, ebenso deployend auch. Ja, man muss Watchtime natürlich auch. Man Quillenpad hat auch ab und zu mal ganz gute Artikel über Uhren. Das fällt mir jetzt auch so ein Blog to watch. Ja, immer sehr detailliert. Ja, also in dem Sinne denke ich, da gibt es Konkurrenz, aber ich wünsche Hodinkee alles Gute. Und wenn sie sich wirklich darauf beschränken und nicht irgendwie wieder zu sich zu bereit aufstellen, denke ich, kriegen Sie es hin. Ja, und was ich am Anfang schon gesagt habe, diese reißerischen Themen zum Teil, darauf wollte ich nochmal kurz eingehen. Ich bringe ja dann Leute zum Einschlafen mit dem Podcast und das ist ja auch sehr schön. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man sehr oft, wenn man diese Themen sieht auf den YouTube-Videos, und habe ich in der letzten Zeit einige von gehört oder gesehen. Das sind halt meine fünf meist gehassten Uhrenmarken oder die schrecklichsten Sachen, die mich bei den Uhren aufregen oder sonst irgendwelche Sachen, die ich an einer Uhr hasse. Ich weiß nicht, ob das meine Distanz zur deutschen Sprache ist, weil ich halt so wenig, nicht so oft Deutsch spreche. Jetzt natürlich wieder sehr viel mehr und dank des Podcasts bin ich auch ein bisschen weniger eingerostet im Deutsch sprechen. Das ist immer sehr, sehr schön. Das hilft mir sehr persönlich. Ich finde das Wort Hass sehr, sehr stark. Ich finde diese emotionale Aufgeladenheit von solchen reißerischen Themen irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach, ob das mit meinem Alter zusammenhängt. Aber ich finde, Hass ist ein Wort, das man sehr, sehr selten benutzt in der Regel. Aber das heißt, derzeit merke ich, dass das halt überall Leute sagt, ach, ich hasse, ich hasse Apple, iPhones. Und dann denke ich mir immer nur so, wie kann man denn ein Telefon hassen? Das Telefon tut einem doch nichts. Ich kann verstehen, dass jemand, der dir eins auf, ja, eine gelangt hat, sagen wir es mal so, dass man diese Person jetzt nicht unbedingt mag. Jemand, der einem Schaden zugefügt hat, die, dass man sagt, ich hasse diese Person. Das kann ich verstehen. Das sind Emotionen, die man für andere Menschen oder andere Sachen aufbringen kann. Das kann ich verstehen. Aber so immaterielle Gegenstände, die einem nichts getan haben. Ich kann doch ein Datumsfenster auf 1.30 Uhr nicht hassen. Ich kann das fürchterlich grausam finden. Ich finde, das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich kann sagen, das ist fürchterlich hässlich. Das kann man alles sagen, denke ich. Aber dass man es hasst, das ist für verschwendete Energie. Etwas so stark nicht zu mögen, ist verschwendete Energie. Das sollte man einfach sagen. Und ich sage das jetzt mal in den Worten eines guten Freundes, eines Schulkameraden, der leider viel zu früh verstorben ist, vor ein paar Wochen. Und Matthias hat immer gesagt, entspann dich, Kamerad. Bleib mal ganz locker. Und in diesem Sinne möchte ich da auch sagen, entspannt euch. Bleib mal ganz locker. Man kann irgendwelche Uhrendetails nicht hassen. Es sind Uhren. Uhren interessieren ohnehin erst mal nur 0,05 Prozent der Weltpopulation. Das heißt also der Weltbevölkerung. Also wir können uns da völlig, ist es irrelevant, wo eine Uhr ihr Datumsfenster hat. Im Großen und Ganzen. In der ganzen Weltgeschichte. Aber für uns Uhrensammler ist das natürlich wichtig. Aber trotzdem, hassen. Bleib mal ganz, ganz locker dort. Wie gesagt, entspann dich, Kamerad. Bleib ganz locker. Da müssen wir uns ein bisschen zurückschrauben. This Watch, That Watch, der Uhrenkanal, hat das letztens nochmal gemacht. Er hat gesagt, fünf Sachen, die er beim irgendwie Pet peeves, also Sachen, die man in den Uhren nicht mag. Prima. Die man nicht mag. Nicht, die man hasst. Weil hassen. Zu stark. Und daraufhin, auf dieses Video hat jemand dann irgendwie ihn kontaktiert und gesagt, das ist ja alles schön und gut. Aber kannst du uns dann auch mal vielleicht sagen, welche Sachen du beim Uhren sammeln oder welche Sachen in den Uhren du denn besonders magst? Also das einfach umgedreht und gesagt, hey, können wir da nicht einen positiven Spin drauf machen und sagen, sag uns da einfach, was du gut findest bei Uhren. Und das möchte ich dann in der Zukunft auch tun. Ich möchte also, wenn ich denn sage, zum Beispiel darüber spreche, auf die fünf Sachen, die mich bei Uhren aufregen, dann sage ich dann auch die fünf Sachen, die ich, die mich bei Uhren also ganz fricklich machen, die ich also ganz toll finde. Die mich ganz nervös machen. Ich sage, uh, super. Wunderschön. Ne, das, finde ich, ist eine Sache, wo wir alle ein bisschen uns entspannen müssen und ein bisschen weniger reißerisch sein müssen und ein bisschen weniger emotional aufgeladen sein müssen. Ich finde dieses, dieses, ich glaube, das nennt man Tribalism, dass wir uns also in verschiedene kleine Stämme zurückziehen. Also dann zum Beispiel sagen, wenn ich ein iPhone habe, dann muss ich Android-Telefone hassen. Wenn ich einen Mac benutze, dann hasse ich Windows. Wenn ich Linux-Fan bin, dann hasse ich, was weiß ich was, alles andere auf der Welt. Ich, genau wieder da, ich bin da einfach zu agnostisch, wenn es Betriebssysteme angeht. Ich kann doch kein Betriebssystem hassen. Das ist, das ist, das ist wie ein Werkzeug zu sagen, ich hasse Hammer. Ich mag nur Sägen. Das ist doch völliger Mumpitz. Also ich weiß es nicht. Ich finde das alles ein bisschen, ein bisschen verrückt, wenn man sich da so, so zu stark hinein begibt in diesen Tribalism, in dieses, dieses ich bin, ich gehöre zu diesem Stamm, deswegen muss ich alle anderen Stämme hassen, in Anführungszeichen. Und ich merke das natürlich auch viel in den Nachrichten. Ich habe das letztens gerade noch zum, ist es wieder, ich komme wieder zurück auf die Uhren. Also keine Angst. Ich gehe jetzt hier nicht in irgendwelche politischen Debatten. Aber es ging um die Berichterstattung über das, die Quartalsbilanz vom LVMH-Konzern, also Louis Vuitton, Moet & Hennessy. Die haben einen Umsatzrückgang bekannt gegeben. Und da hieß es in einer Nachrichten, in einem Nachrichtenkanal, den ich gesehen habe, dass LVMH die Schuld auf China schiebt. Und den, also China als Schuldigen identifiziert hat für ihre schlechten Quartalszahlen. Das hat LVMH nicht getan. Die haben ganz einfach ihre Bilanzen berichtet. Und wenn man sagt, dass der Umsatz in China um 15 oder 17 Prozent unter dem vorherigen Quartal war oder dem Vorjahresquartal, dann ist das ein Fakt. Das ist nicht eine Schuldzuweisung. Man sagt nicht, die Chinesen sind schuld, dass wir so ein schlechtes Bilanzergebnis haben. Nein, das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, natürlich, unser Bilanzergebnis ist schlecht. Wir haben weniger verkauft in China. Ist das eine Schuldzuweisung? Nein, es ist eine Berichterstattung. Es ist ein Fakt. Das muss man jetzt gar nicht so emotional sehen. Ich finde das ganz fürchterlich, wenn man Fakten nimmt, der gestrige Tag war kürzer oder es hat mehr geregnet. Die Erde hasst uns. Das ist doch... Fakten kann man einfach auch neutral berichten, ohne irgendwelche Meinungen reinzugeben. Und das, denke ich, sollten Nachrichten ohnehin tun. Die sollten versuchen, möglichst neutral die Nachrichten ohne irgendwelche Beeinflussung zu berichten. Möchte da jemand negativ über China berichten? Wahrscheinlich. Man möchte China irgendwie in den Pranger stellen für irgendetwas. Oder zumindest sagen, dass LVMH die Chinesen beschuldigt, an dem schlechten Umsatz schuld zu sein. Das ist doch Quatsch. Also, wie gesagt, welche Gründe dahinter stecken, ist auch alles völlig egal. Es ist eine finanzielle Berichterstattung, eines Quartalsberichtes. Das heißt, dort sagt man einfach nur, was geschehen ist. Und das war's. Ja, also, das war so meine Abhandlung zu diesen emotional aufgeladenen Sachen, die ich denke, von Nachrichten bis zu, bis zu, ja, so Sachen wie, wenn man über irgendwelche Sachen spricht, wieder zum Beispiel mit anderen Uhrensammlern oder sonst irgendetwas, einfach mal ein bisschen mehr entspannt sein und sagen, okay, nicht so mein Ding, ein Datumsfenster auf zwölf. Einfach sagen, ich mag es viel lieber, wenn die Datumsfenster auf drei Uhr sind. Oder, dass man einfach sagt, was einfach diese positive, den positiven Spin da ansieht und sagt, nee, nee, also ich mag blaue Uhren sehr viel lieber. Das ist doch auch schön. Man muss ja nicht sagen, ich hasse grüne Uhren. Man kann immer sagen, ja, mag ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Wunderbar, das reicht. Man muss nicht sagen, ich hasse es. In diesem Sinne wollte ich noch darauf eingehen, dass ich in diesem Uhrenclub, in dem ich jetzt Mitglied bin, auch noch eine ganz tolle, interessante Sache gelesen habe. Und zwar, dass man dort die Chatham House Rules, also die Chatham House Regeln befolgt. Und natürlich wusste ich nicht, was das ist. Deswegen habe ich da mich noch ein bisschen drüber eingelesen und fand das sehr interessant. Da man also eine geschlossene Uhrengruppe hat, das heißt, die ist nicht öffentlich. Offensichtlich werden da Sachen besprochen, die man vielleicht auch mit anderen außerhalb des Clubs teilen möchte. Und da gibt es dann eine Regel für. Und das finde ich gut. Denn wir haben immer mehr von diesen geschlossenen Gruppen, diesen geschlossenen Clubs oder anderen Sachen, wie zum Beispiel, ich bin Mitglied bei einigen von diesen Discord-Servern über Uhren oder anderen Sachen. Es ist einfach nur eine Plattform. Ähnlich wie andere Social Networks, die geschlossen sind, die man, ja, quasi wie eine WhatsApp-Gruppe, die ja auch nicht öffentlich ist. Man kann ja sonst nicht wie sonst wie in einem Uhrenforum. Das ist öffentlich zugänglich. Das kann jeder lesen. Man kann da an beteiligt sein, aber es ist keine geschlossene Gruppe. Es gibt kein, also es gibt nur wenige Foren, die auch ihre, ihre komplette Foren halt auf Privatstellen, dass man die nur lesen kann, wenn man Mitglied ist. Aber das sind halt diese Uhrenclubs. Die sind nicht öffentlich. Das heißt, oftmals gibt es dann natürlich Sachen, die man dort mitliest oder die man, Informationen, die man dort findet oder bekommt, die man gerne mit anderen teilen möchte. Und dafür gibt es dann diese Chatham-Haus-Regeln. Und das Chatham-Haus ist eine interessante, ist eine interessante Institution in London. Die ist in 1920 gegründet und wurde auch noch bis vor 20 Jahren das Royal Institute of International Affairs genannt. Und das ist eine Denkfabrik in London, in Großbritannien. Und die Mitglieder dort haben verschiedene Studiengruppen, Arbeitsgruppen, Roundtables, Konferenzen, Seminare und so weiter und so weiter. Die werden von verschiedenen anderen Non-Profits irgendwie auch unterstützt oder auf Expertisen bereitgestellt. Zum Beispiel von, was weiß ich was, von den Rockefellers bis zur Konrad-Adenauer-Stiftung. Die EU ist da auch ab und zu mal dabei. Oder die NATO oder die Melinda Gates Foundation und so weiter und so weiter. Das sind also sehr, sehr interessante Non-Profits, die da auch beteiligt sind, weil man dort halt diesen als Denkfabrik quasi sagt, wir wollen diesen Informationsaustausch und den Gedankenaustausch halt fördern. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und diese Hausregeln, die das im Chatham-Haus also durchgeführt oder Standard sind, sind sehr interessant. Denn diese sagen, wir wollen durchaus, es erlauben, dass Leute die Informationen, die sie mitbekommen in diesen Konferenzen, Seminaren oder sonst was, nach außen tragen, wenn sie denn wollen. Aber wir wollen auch damit sicherstellen, dass Leute, die ihre Meinung preisgeben, nicht dafür irgendwie an den Pranger gestellt werden oder verfolgt werden oder was weiß ich was. Und deswegen sagt man, wenn man bei Veranstaltungen teilnimmt, die also unter diese Chatham-Haus-Regel fallen, dürfen die Teilnehmer die Informationen, die sie erhalten haben, frei verwenden, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie nicht die Identität oder die Zugehörigkeit der Redner oder der Teilnehmer preisgeben. Das heißt also, man sagt nicht, ha, die chinesische Delegation hat gesagt das oder der Fritz Peter hat gesagt das, sondern man sagt einfach nur, ich habe gehört, dass es diese Meinung gibt oder das ist eine Meinung, die diskutiert wurde. Und das sind interessante Möglichkeiten, dass man sagen kann, okay, wir können in diesem Uhrenclub, um das jetzt wieder auf die Uhrenwelt zurückzubringen, zu sagen, wir können da zum Beispiel besprechen, dass ein Konzessionär, den wir jetzt nicht genau nennen unbedingt, dieses und jenes gemacht hat oder dass wir eine neue Information über eine Uhr haben, die dieses und jenes macht, ohne zu sagen, ah, das hat mir jetzt der und der erzählt. Das ist natürlich für uns, die wir uns einfach nur mit Uhren auskennen und nicht unbedingt Journalisten sind, auch wunderbar ist es ausreichend. Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie unsere Quellen doppelt bestätigen oder auch quasi Quoten quasi also dann zitieren und dann auch noch in die Fußnoten schreiben. Das ist ja für uns nicht wichtig. Wir sind keine richtigen Journalisten. Deswegen finde ich diese Regel sehr, sehr angenehm, dass man sagt, wir können die Informationen benutzen, aber wir sagen nicht, wer es gesagt hat. Und das ist auch gut so. Das finde ich schön. Das ist also der freie Austausch von Informationen oder die freie Verwendung der Informationen ist gestattet, aber man soll es nicht zurückführen. Und das finde ich gut. Super Sache. Interessant. Und zwar in diesen ganzen geschlossenen Gruppen, die man so oftmals, wo man so jetzt mit Teilnehmer ist, ist das auch schön, wenn man weiß, dass man das so machen kann. Also sollte ich mal so eine geschlossene Gruppe haben, dann denke ich, ist das eine sehr, sehr angenehme Regel, nach der man Informationen austauschen darf. Es sei denn, wenn jemand sagt, Achtung bitte, diese Information bitte nicht teilen, dann ist das natürlich auch absolut okay. Ja, also, jetzt haben wir darüber gesprochen, da habe ich jetzt noch irgendwo ein anderes Thema gehabt. Ach ja, jetzt habe ich mal wieder interessante Uhren gesehen und zwar in, ja, ich habe wieder so schöne Uhren gesehen. Ich habe ja, glaube ich, mal eine Folge gemacht über diese sogenannte Grail Watch, also die, die, der, der Kelch, die, die Uhr, die einem dazu führen. Und ich glaube da, ich muss noch mal ganz zurück, bevor ich mich hier komplett verhaspel. Man hat immer so eine Grail Watch, das ist so die Uhr, die so ein bisschen schwer zu erreichen ist, die man wahrscheinlich nicht erreichen kann derzeit, die man aber sehr, sehr gerne hätte. Das sind so, ich sage mal, so eine FP Jean oder eine Recipe oder eine Philippe de Four, wo man sagt, einmal eine Simplicity haben. Und die ist in der Regel außerhalb der finanziellen Mittel oder überhaupt der Erreichbarkeit. Und dann gibt es zwei verschiedene Sachen dazu, zu sagen, okay, das ist eine Uhr, also das habe ich jetzt mal so gesagt, als sehr, sehr weit reichende, als sehr, sehr hohe Einschätzung einer Grail Watch. Es kann aber auch eine Grail Watch sein, wie zum Beispiel bei mir eine Stahldetoner, die ich auch schon immer mal haben wollte, mir aber gedacht habe, ist mir zu teuer, sowas kaufe ich mir nicht. Ich kaufe mir lieber eine Two-Tone, die sind sehr viel günstiger, sind zum Teil unter, unter Retail bekommt man die und ich mag ja Two-Tone, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Ich habe halt eine Two-Tone-Ray-Toner, also als Ziel irgendwann mal. Ich habe andere Uhr gekauft, die teurer waren als eine Two-Tone-Day-Toner, wo ich mir auch eine hätte kaufen können, aber nie es gemacht habe. Ich habe damals ja auch schon Daytonas Freunden besorgt, aber es war irgendwie nie so der Drang dahinter, wo ich gedacht habe, ja, ich müsste jetzt eine haben. Jetzt habe ich eine bekommen, habe irgendwie gedacht, ja, das passt jetzt alles. Ich kann alles so gut liquidieren, dass ich da das Geld für die Uhr habe. War ein guter Deal. Ungetragene Uhr von diesem Jahr, Mai 2024. Komplett neu. Super. Zugeschlagen. Jetzt habe ich eine. Bin immer noch ganz aus dem Häuschen, wie ich das letzte Mal auch gesagt habe. Ist eine tolle Uhr, trägt sich wunderbar. Was ich damit sagen wollte, ist, das war mal eine Grail-Uhr von mir. Jetzt habe ich diese Grail-Uhr. Natürlich habe ich immer noch eine Grail-Uhr, aber das ist halt jetzt nicht mehr die Daytona, weil die habe ich ja jetzt. Oder die habe ich ja. Sagen wir mal, jede Uhr, die ich schon mal gehabt habe, ist natürlich nicht mehr eine Grail-Uhr, weil ich habe die ja schon mal besessen oder ich habe die ja schon mal getragen. Das heißt, wir nehmen, es ist nie eine Exit-Watch. Und das ist auch ein ganz toller Begriff aus dem Englischen, die Exit-Watch, die Aussteigeruhr quasi. Das bedeutet quasi, wenn ich die Uhr habe, dann war es das. Dann ist mein Uhrensammeln beendet. Das heißt, wenn ich die Uhr habe, dann kann ich theoretisch alle anderen Uhren verkaufen, weil das ist es. Das ist die Uhr, die für mich das komplette Embodiment ist. Also die komplette, ja, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll. Das ist diese komplette, die ganze Uhrenwelt in einer Uhr. Wenn ich die habe, brauche ich nichts anderes mehr, weil dann alles andere ist irrelevant, weil die so toll ist. Das könnte durchaus interessant sein, sich das eher mal im Bereich der Exit-Watch diese Gedankenspiele zu machen, zu sagen, was wäre denn die Uhr? Und ich sage, wenn ich die habe, verkaufe ich, könnte ich alle meine ganzen Uhren für aufgeben, für diese eine Uhr. Vielleicht eine andere Sichtweise zu sagen, okay, könnte, welche Uhr wäre es, für die du deine gesamte Sammlung verscherbeln würdest und sagen würdest, wenn ich die bekommen könnte, das wäre es. Für einige Leute ist das, das habe ich schon oft gehört, ist das die Nautilus von Patrick Philipp, die sagen, die finde ich so toll, das wäre es. Ich persönlich habe so ein paar Nautilie, kann man das sagen, Nautilie, Nautilusses, mir mal angeschaut und auch am Arm gehabt und ich habe mir gedacht, ja, ist eine wunderschöne Uhr. Kann ich durchaus verstehen, dass Leute die mögen. Ist das aber eine Uhr, die irgendwie 100.000 Euro wert ist? Nee. Ist die ihren normalen Verkaufspreiswert? Ja. Ist die vielleicht sogar noch den anderthalbfachen Verkaufspreiswert? Ja. Kleine Prämie durchaus, aber ist die so das zwei, drei, vier, fünffache Wert ihres Verkaufspreises? Nein. Finde ich nicht. Ist eine tolle Uhr, aber nicht so toll. Ähnlich finde ich das bei der Royal Oak. Auch eine wunderschöne Uhr. Durchaus Prämie ist gerechtfertigt, gegebenenfalls, weil sie halt so rar ist, aber, ist sie überhaupt so rar? Das ist die nächste Frage, aber ist sie jetzt nun wirklich das fünffache Wert? Und da würde ich auch sagen, nee. Eine normale Stahlvariante, nein. Wenn die nicht irgendwie limitiert ist oder irgendwie anders einen Sammelbonus hat, dann würde ich sagen, eher nicht. Aber auch da, wie gesagt, viele Leute sagen, okay, Nautilus wäre jetzt meine Exit Watch. Wenn ich die habe, kann alles andere gehen. Ist eine interessante Sache, die man sich vielleicht ab und zu mal selber überlegen sollte. Was wäre das denn? Und dann auch, wenn man das Gedankenspiel mal ein bisschen weiterspielt, wenn ich die Uhr dann hätte, wäre das tatsächlich der Fall? Würde ich dann tatsächlich keine anderen Uhren mehr angucken? Weil ich persönlich denke, für mich ist das Uhren sammeln das Hobby, nicht das Uhren besitzen. Unser Sammeln als Prozess ist ja immer so eine Sache, dass man eben sagt, ja, jetzt habe ich diese eine Uhr erreicht, super, die genieße ich jetzt auch. Keine Frage. Aber wie lange genießt man die Uhr, bevor man dann doch schon wieder anfängt, nach anderen Uhren zu schauen? Seid mal ehrlich zu euch selber. Manche Leute bekommen diesen Sammelwahnsinn, sobald sie sich auf eine Uhr entschieden haben. Das heißt, die haben zum Beispiel auch eine Uhr bestellt, gekauft oder sonst irgendetwas. Die haben die noch gar nicht erhalten in der Post oder im Kurier oder sonst wie. Oder die wird noch erst noch ausgeliefert, weil sie erst noch produziert werden muss. Und dann schauen sie schon nach der nächsten um. Das ist leider oftmals so, wenn man sagt, ach, dann sind wir doch irgendwie uhrensüchtig. Dann ist das ein bisschen, geht das ein bisschen aus out of hand quasi. Das ist nicht so ganz so richtig. Unser Uhren sammeln ist ein bisschen komisch. Ja, und als ich das ja noch in der Folge gesagt habe, ich glaube eine Woche, bevor ich mir die Detona zugelegt habe, habe ich gesagt, wie glücklich und zufrieden ich eigentlich mit meiner Uhrensammlung bin. Und dann habe ich dann doch drei Uhren verkauft, um mir die Detona zu erlauben. Ja, das ist dann jeder hier mein opportunistisches Uhrensammeln, wo ich sage, ja, wenn man denn die Chance hat und es alles gut klappt, wieso nicht? Und das ist oftmals meine, meine Gedanken ist, anstelle mir zu überlegen, warum sollte ich das machen, denke ich mir manchmal, warum sollte ich es nicht tun? Und das ist oftmals bei verschiedenen Sachen, die man tut, eine interessante Weise, sich das Problem anzuschauen, zu sagen, warum machen wir das überhaupt? Ist die Frage, warum machen wir es nicht? Warum sollten wir es nicht machen? Und das könnte, das eröffnet ab und zu mal neue, neue Denkfenster quasi, wo man sagt, ja, interessant. Ja, das ist eine gute Sache. Warum nicht? Warum sollten wir es nicht tun? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche habt, zum Beispiel, ich war letztens wieder essen in einem meiner Lieblingsrestaurants und ich bestelle da fast immer das Gleiche das Gleiche Gericht. Und dann denkt man sich, verpasse ich da was? Verpasse ich denn da die vielleicht anderen Gerichte, die der Chef, der der Koch dort halt herzaubert, die vielleicht auch wunderbar sind. Vielleicht verpasse ich ja eine andere Sache, ein anderes hervorragendes Erlebnis, das ich nicht habe, weil ich immer das Gleiche haben möchte, weil ich es so gerne mag. Aber ich habe ja nicht das komplette Menü durchprobiert. Vielleicht sind da andere, die ich lieber mag. Und das ist dieses, wo wir uns alle so ein bisschen dieses FOMO haben, dieses Fear of Missing Out, wenn man zu viel Auswahl hat. Und dann hat mir ein Freund gesagt, wenn du in einem ganz anderen Restaurant, in einem ganz anderen Thema, der hat dann gesagt, wenn du in dieses Restaurant gehst und nicht das und das Gericht isst, dann ist das eine Sünde. Es ist eine Sünde, wenn man in das Restaurant geht, nicht dieses Gericht zu essen. Und da habe ich nur gedacht, ja, siehste, einfach mal eine andere Sichtweise zu sagen. Anstelle, warum, warum sollte man was anderes ausprobieren, zu sagen, nee, wenn du das doch so gerne magst, dann ist es doch. Es ist, wie man auf Englisch sagt, never too much of a good thing. Es gibt für eine gute Sache, gibt es nie zu viel. Wenn man es mag, warum nicht? Wenn man es genießt, warum nicht? Wenn Leute ins gleichen Urlaubsort fahren wollen, für 20, 30 Jahre immer in das gleiche Dorf fahren, in irgendwie Norditalien. Wenn es sie glücklich macht, so sei es. Vermissen sie oder verpassen sie gegebenenfalls andere schöne Orte? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es ja auch. Nirgendwo ist so schön wie zu Hause. Das sagen sehr viele, sehr viele Sachen. Das Neusser Heimatlied, das aus meiner Heimatstadt Neuss kommt, sagt, schöner kann es woanders auch nicht sein. Weil ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das auf Neuss so zutrifft. Aber sorry für alle Neusser. Wie gesagt, ich bin ja selber einer. Aber ich finde, das ist eine interessante Ansichtsweise zu sagen, ja, schöner kann es woanders auch nicht sein. Deswegen besser kann vielleicht ein anderes Gericht auch nicht sein. Wenn man dann diese, wenn man sich selbst davon überzeugt, dann ist man glücklich. Ist doch auch schön, oder? Wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Keine Ahnung. Aber in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid schon friedlich, entschlummert und schlaft schon schön. Ansonsten, wenn ihr das im Morgen hört, habt einen guten Tag, viel Erfolg, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.